in dem sinne wünsche ich noch ein topper ganz liebe grüße ich hoffe mir gehen bald eine gemeinsame tour weil da warte ich ja nur drauf oder bist du unfit dass du mal einfach nicht zu sein ich weiß es ach und hopper das westerwald bier das in meinem kühlschrank vor sich hin gammelt das müsste auch so langsamer getrunken werden so 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 Guten Morgen, ihr Lieber. Heute bin ich auf der Traumschleif-Littermont-Gipfeltour unterwegs mit dem liebe Topper. Und da haben wir noch ein dritter Kollege, ob der jetzt weit kommt? Keine Ahnung. Wenn ihr wissen wollt, wie die ungefähr neun Kilometer lange Strecke so ist, dann bleiben dran. Ich bin heute da, wie es ohne Solar ist. Ich bin heute da, wie es da am nahen Bein steht. Ich bin heute so cool. der weto vorne ist nicht so prickelnd aber dann wird dran auf der heißer typ warum weil er kurze arme an hat richtig prickelnd richtig prickelnd ich habe sie ausrutschen nicht drauf rutschen wir noch mal aus mit mir Die erste Aufsicht von Lüttermund, das ist quasi oben. Und mit einer brennung die Musik, das glaubst du sieben. Und beim Nachbarn, die die Leute im Land, die die sieben. Ich bin echt gespannt was hier Stolge hat. Da hätte ich mich auch selber viele Wildschmars rumschwemmt in der Bearbeit. Kann ich sogar hier im roten Display schon mal machen. Verstehen Sie das gerne an. Dann nach Zimt mit eines Blitzkforschachs. So. So. Untertitelung. BR 2021 Immer wenn ich filme, bleibt der stehen. So, die Tour ist nochmal zu Ende. Mir hat die Tour gut gefallen. Die Beschilderung ist manchmal ein bisschen verwirrend. Keine Ahnung, aber machen wir hier GBX-Dreck. Warum jetzt der Topper mitgegangen ist? Wehm Bier, wehm mir. Ich weiß es nicht. Oder weil er doch richtig fit ist. Ich weiß es ja nicht, das habe ich ja im letzten Video schon gesagt. Das hat er bestimmt dann gleich. Bis jetzt! Tschöööö. Ja, der Grund, warum ich mit bin ist, habe ich den Marco so vermisst. Ich habe ihn das letzte Mal gesehen auf dem Lahnweinstieg. Wann waren das? Im August, ne? Das war am August! Wir haben jetzt Ende, also, der 31. Oktober. dann habe ich gedacht, es wird mal wieder Zeit. Marco hat mich eben gefragt, wie ich den Weg finde. Ich finde den Weg eigentlich ganz schön, aber wir haben jetzt 9 Kilometer gemacht. Es ist jetzt Viertel nach 1. Ich hatte die Lust mehr. Ich gehe jetzt hin. Bis dann. Ich gehe jetzt hin. Ich gehe jetzt hin.